Mein Name ist Vincent Wolf, ich spiele in der B-Jung von Harburger TB und stelle euch heute meine Traumelf vor. Fangen wir an im Tor mit Thorben Rehnhardt, ein Freund von mir, länger schon nicht mehr gesehen, aber ein sehr guter Torwart, hat auch schon mal Pauli gespielt, der kann das wirklich gut. Dann haben wir rechts den Yusuf Abu, kann auch sehr viel laufen, ist ein bisschen schneller, das brauchen wir bei uns in der Mannschaft. Dann haben wir die Innenverteidiger, Julian Rodan, ein sehr großer, groß gewachsener Innenverteidiger, kopfballstark, genauso wie Finn Loh, auch ein Tier in der Abwehr. Dann haben wir links mich selbst, Vincent Wolf, ich kann laufen und bin auch relativ schnell. Dann haben wir auf der Sechserposition Steffen Becker, ein sehr guter Sechser, sehr viel Übersicht, aber manchmal ein bisschen zu loses Mundwerk. Dann haben wir rechts den Christoph, ist ein sehr guter Rechtsaußen, kann laufen und auch schießen. Auf der Zehn haben wir den Benjamin Gajewski, ist bei mir in der Klasse, ein guter Zehner, der auch mal aus 30 Metern abziehen kann. Dann haben wir links den Kenneth Geisler, spielt mit Benjamin zusammen beim FSV Harburg, auch ein sehr guter Linksaußen, läuft viel und hat eine sehr gute Balltechnik. Im Sturm haben wir den Felix Donner, ein sehr guter Stürmer, eigentlich gerne auf der Neuner Position, aber ich habe ihn hier jetzt in den Sturm gepackt. Und links haben wir den Fabian Moris, sehr starken linken Fuß, der macht Tore am Fließband. Das war meine Traumalf, schaut sie euch an. Das war meine Traumalf, schaut sie euch an.